Okay, neue Dungeon. Lass uns direkt loslegen. Halt, stopp. Ich hab's mir anders überlegt. Ich möchte mich erst noch füttern. So, mal schauen. No. 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 So, hoffen wir auf ganz viele Drops für mich. So. Jetzt machen wir es richtig und greifen immer die Gegner auch mit an. Die unser Damage, die der NPC hier auch mit anreift. Okay. Okay. Das war's. Warum geht das jetzt? Ich stand doch seitlich bei der letzten Attacke. Das will ich gucken. Ich glaube, er bleibt stehen, ne? Ja. Das war's. Das war's. Der ignoriert uns einfach. Das ist nett. Ich probiere mal was aus. Das war's. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. 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 Ich hoffe, das kannst du ganz viele Steintrocken werfen. Ah, okay. Die NPCs schummeln. Ich kenne alles im Voraus. So. Warum greift sie mich an? Wie ist denn das? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Oh, wir haben... Wann haben wir den LB schon bekommen? Hab ich gar nicht gesehen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Warum habe ich... Ich habe zu viel Damage bekommen. Ja, ja, ja. 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 Hellz. Ja. Mal gucken. Korean XP. Ich habe diesen 50% Boost... Ach, ist okay. Was bist du denn? Pollen hol du. Mach nur 25.000 Schaden, glaub ich, zu viel Leben für. Können eigentlich übern Schotten anscheinend. Hier wird nix ausprobiert. Hopp, hopp. Ich geh loot. Ach! Das ist Absicht, ich schwöre. Ich könnte das doch zumindest in den NPC begleiteten Dungeon Run so machen, dass man ein paar mehr Teile für seinen Job bekommt. Entschuldigung, ich schwöre. Ich schwöre. Ich schwöre. Ich schwöre. Ich schwöre. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 mit dir werde ich fertig mit dir werde ich fertig mit dir werde ich fertig da hier kommen wir doch jetzt schon wieder nicht richtig hin okay sag halt kein keiner dass man da runter hüpfen muss zwar irgendwas rumpeln hören aber da habe ich eben nicht drauf geachtet ich probiere mal was aus oh der kann die attacken von dem dungeon robot her ach so der kann das beides der macht diese Disco-Attacke damit habe ich eben nicht gerechnet weil die einfach so stehen geblieben sind und nichts gemacht haben ich kann echt die ganzen attacken das ist halt das einzige nervige daran die NPCs können sich gegenseitig wiederbeleben aber einen selber nicht wenn man tot ist fängt man sofort wieder von vorne an das sollten sie eigentlich ändern das ist das ist nicht richtig so ist es bei 19 ok ist der zweite Boss das ist du gekommen schafft es unter unter 35 minuten sollte hinkommen nicht ein boss richtig hinbekomme kann das sein dass ich jetzt gleich wieder tot bin komm her du springen an so dann wissen wir Bescheid jetzt ran sei unbesorgt ich schütze dich ok jetzt erstmal von ihm weg ne ok ok ich bin ich bin da ich bin bei Untertitelung des ZDF, 2020 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 Mit dir werde ich fertig. Okay, 26 Minuten. Gut, Glück mal reinrennen. Was bekomme ich? Fast. Fast. Ah, okay. Kann man die abbrechen? Nein. Das heißt, so viel Damage rauf wie möglich. Vielleicht hält man sie aufzustehen. Also mit meinem Stun kann ich sie nicht davon abhalten. Das heißt, ich hier aufteile. Auf den einen geht der Tank und 1 DD. Auf den anderen geht der Hylion und 1 DD. Vielleicht. Bringt. Aoe, was. Komm ich. Ich probiere mal was aus. Ach komm. Natürlich. Und ich. sind wir durch ja sieht nicht cool aus ja 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 Batsch. Los. Erstmal das Raufjumpen, was wir haben. Okay, Raumweite, okay. Kann nur noch drin stehen. Ja. 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 Was machen die Dinger jetzt? Okay. Okay, wird nichts mit in 35 Minuten fertig. Hm. Ja. 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 Achtung, das tut jetzt weh! So. Okay. Bereitstellen. So. 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 da hier nicht nochmal von vorn anfangen. Näh, näh, du gehst, tschüss. Okay, das war's. Bis zum nächsten Mal.